Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um eine der EEG-Ausschreibungen, in diesem Fall Windenergie an Land. Zum 1. Dezember 2022 findet das statt, also etwa zwei Wochen nach der Aufnahme dieses Videos. Und ich möchte es deswegen nochmal auseinandernehmen, weil das ja eines der wichtigsten Mittel ist, um die Förderung von EEG-Anlagen, insbesondere von großen Anlagen, umzusetzen. Das ist für die größten Anlagen auch das einzige Mittel, wie man zu einer Marktprämie gemäß Direktvermarktung kommen kann, wenn man sich nicht auf andere Art und Weise vergüten lässt. Dafür gehen wir auf die Seite der Bundesnetzagentur und dann hier auf die Seite der Ausschreibung Wind an Land zum 1. Dezember 2022. Diese Ausschreibungen laufen ja so, es gibt für Kleinanlagen die Möglichkeit, die einfach anzuschließen. Und wenn sie klein genug sind, kriegen sie eine garantierte Einspeisevergütung. Das ganz alte Mittel des EEGs, was wir seit dem Jahr 2000 kennen, das einfach der Netzbetreiber dafür bezahlt, dass man Strom einspeist. Okay. Größere Anlagen oder da, wo man marktlich ein bisschen stärker unterwegs sein möchte, an der Börse und so weiter spekulieren möchte oder einen guten Vermarkter hat, das ist dann die Direktvermarktung mit Marktprämie. Und dort gilt dann eben, naja, wenn ich an der Börse schon bereits gut verdiene, ist also schön, wenn ich dort zu wenig kriege, kriege ich einen Ausgleich. Und das ist dann die Marktprämie. Und wenn man eine gewisse Größe als Anlage erreicht hat, nämlich bisher 750 Kilowatt, dann in Zukunft ein Megawatt als Anlagengröße, dann muss ich an einer Ausschreibung teilnehmen, um einen Zuschlag für diese Marktprämie kriegen zu können. Ansonsten kriege ich die Marktprämie nicht. Dann müsste ich mich grundsätzlich anders vermarkten, also in der sonstigen Direktvermarktung über PPAs, ein virtuelles Kraftwerk oder wie auch immer, meine Anlage positionieren und vergüten lassen. Also irgendeinen Direktvertrag haben mit irgendjemandem, einem Industrieunternehmen oder einem Energieversorger, der direkt bei mir die Energiemenge abnimmt. Wenn ich aber nun diese Marktprämie haben will, gerade für Windenergieanlagen, die typischerweise größer sind als ein Megawatt, die müssen halt an solchen Ausschreibungen teilnehmen. Geburtstermin 1. Dezember heißt, an diesem Tag, am 1. Dezember, kann allerspätestens mein Angebot eingereicht werden bei der Bundesnetzagentur. Das Gesamtausschreibungsvolumen sind 1,1 Gigawatt. Das ist also durchaus eine größere Menge von Windenergieanlagen, die hier einen Zuschlag bekommen könnten. Der Höchstwert für die Marktprämie, also für die Vergütung, liegt dann bei 5,88 Cent. Das heißt, maximal das kann über diese Ausschreibung als garantierte Vergütung bekommen werden. Jetzt steht hier noch was für eine Meldefristgenehmigung, 3. November. Das liegt ja nun einen Monat vor. Dem eigentlichen Ausschreibungstermin. Dabei handelt es sich um die Bundesemissionsschutzgesetzliche Genehmigung. Zu der kommen wir gleich nochmal. Die muss in solchen Bauvorhaben immer vorher erreicht werden. Da geht es vor allem dann um, naja, was ist die Auswirkung der Windenergieanlage auf die Umwelt, auf die Anwohner und so weiter. Kriege ich dafür eine Genehmigung, eine behördliche? Wenn ja, kann überhaupt erst die Weiterprojektierung vorangetrieben werden. Und in diesem Fall auch die Teilnahme an dieser Ausschreibung. So. Es wird um Beachtung der Hinweise zur Geburtsabgabe gebeten. Das ist einfach nur ein PDF, wo so ein paar Begriffe erklärt werden. Da kann man auch reinschauen, wenn man sich vertreten lässt. Also wenn man jemandem die Bevollmächtigung gibt, an der Ausschreibung für mich teilnehmen zu lassen. Was ist die Sicherheit? Was ist die Gebühr? Und so weiter. Verschiedene Begriffe, die nochmal geklärt werden. Das sind einfach nur hier diese Hinweise zur Geburtsabgabe. Wichtig ist eben, wenn ich ein Gebot abgeben will, dann muss ich das jetzt so machen, wie die Bundesnetzagentur es mir vorgibt. Am 1. Dezember kann ich also bis Mitternacht, bis zu 24 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur ein Angebot abgeben. Vorher kann ich es natürlich auch postalisch zukommen lassen. Hier ist dann nochmal erklärt, okay, Volumen ist also dieses. Die Anlagen, die ein Zuschlag bekommen, müssen also in Summe maximal das umfassen. Wie kommen wir aber auf diese Menge? Das ist ja eine komische Menge. So mit 179 am Ende. Wie kommt man darauf? Das liegt daran, dass wir im vergangenen Jahr bei den Ausschreibungen im Februar und im Mai 2021, also vor anderthalb Jahren, von der gesamtausgeschriebenen Menge nicht alles bezuschlagt haben. Also von anderthalb Millionen Kilowatt, also 1,5 Gigawatt, die da ausgeschrieben waren, die also eine Vergütung hätten bekommen können, haben nur 691.000 Kilowatt. Also sagen wir mal drei, nicht ganz die Hälfte, so rum. Die haben überhaupt nur genügend Angebote zusammenbekommen damals bei diesem Termin für diese Menge. Das heißt, 808.000 Kilowatt sind einfach übrig geblieben, 0,8 Gigawatt sind einfach übrig geblieben. Im Mai, drei Monate später, sind nochmal fast 400 Megawatt übrig geblieben. Die verfallen jetzt nicht für immer, sondern die wollen wir natürlich trotzdem fördern und die sind jetzt in diesem, wichtig, Nachholtermin am 1. Dezember in der Ausschreibung. Apropos Nachholtermin, ich gehe jetzt einfach mal in die Liste von allen Ausschreibungen. Das findet man dann auch hier unter diesem Bereich, Fachthemen, Strom und Gas und dann Ausschreibungen. Da findet ihr alle Termine. Das seht ihr dann eben auch bei Wind onshore. Es gab ja Februar, Mai und September dieses Jahres auch die Termine und im Dezember den Nachholtermin. Aha, da kommt es also her. Das ist die Menge, um die es jetzt hier geht. So, wir sehen außerdem, es gibt noch andere Termine zum Dezember. Solar auf dem Dach, auch nochmal eine kleine Menge, die hier einen Zuschlag bekommen könnte. Wir haben außerdem KWK-Anlagen und hier unten auch die Innovationsausschreibungen. Das sind also besondere Arten von Anlagen. Die kriegen alle an dem Tag auch nochmal so eine Ausschreibung, die einfach ähnlich läuft. Uns geht es jetzt aber um Wind onshore. Okay, hier war es. So, wie sieht das jetzt also aus? Wir könnten maximal die Menge von diesen 1,19 Gigawatt bezuschlagen. Das sind eine ganze Menge Windräder. Das einzelne Windrad, die einzelne Anlage kann dann maximal eine Vergütungsgarantie von 5,88 Cent bekommen. Ich kann halt in mein Angebot auch weniger reinschreiben. Ich kann in mein Angebot auch schreiben, ich möchte gerne 5,7 oder 5,4 Cent oder auch nur 3 oder 0 Cent kriegen, wenn ich verrückt bin. Das heißt, die 5,88 Cent, das Maximum ist halt auch relativ wahrscheinlich, dass man das einträgt. Aber natürlich bei einer Ausschreibung gilt, wenn jemand weniger haben möchte, dann ist das ein besseres Angebot. Dann kriegt der wahrscheinlich eher den Zuschlag, wenn sein Gesamtangebot valide ist. Also ich kann auch kein Quatschangebot da hinschicken, sondern es muss natürlich insgesamt funktionieren. Dazu gilt halt, es muss überhaupt schon eine Teilgenehmigung vorliegen, nämlich die Bundesemissionsschutzgesetzliche, die schon am 3. November spätestens erteilt gewesen sein muss und schon gemeldet sein muss. Das heißt halt, ich habe schon den Baubereich, ich habe dort schon mal gesagt, ich hätte dort gerne dann mal demnächst gebaut. Und die Behörden haben schon gesagt, alles klar, das ist prinzipiell vorstellbar. So, das ist praktisch die Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz. Im Weiteren würde man dann die typischen weiteren so baurechtlichen Freigaben haben. Aber hier sind wir schon mal so weit, dass wir überhaupt grundsätzlich dort bauen könnten. So, Ausnahme ist ein Zusatzgebot nach 36J im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das ist also praktisch der Windpark, der erweitert wird. Wenn wir hier mehr als 50 Prozent der bisherigen Anlageleistung bauen, zubauen, dann können wir hier auch noch im Nachhinein, wenn dieser Zubau bereits geschehen ist, an so einer Ausschreibung teilnehmen. Ich habe also meinen Windpark, der ist schon mal gebaut worden, der ist vielleicht auch schon mal bezuschlagt worden und hier möchte ich jetzt gerne erweitern. So, dann geht es gar nicht um diese emissionsschutzgesetzliche Genehmigung, weil die ist schon längst damals gelaufen. Es ist ja ein bereits bestehender Windpark. Das ist die eine Ausnahme. So, Formatvorgaben, weil natürlich Bundesnetzagentur sagt, du musst so abgeben, wie ich das gerne haben will. Formatvorgaben, jetzt denkt man so, ah, wir sind ja im Jahr 2022, fast 2023, das wird jetzt hier mega digitalisiert laufen. Nein, natürlich nicht. Es sind PDF-Dokumente, die man sich runterlädt, die man dann ausfüllt am Rechner, und die man dann ausdruckt und dann nochmal handschriftlich unterschreibt, eintütet und hinschickt an die Bundesnetzagentur. So, diese Unterlagen sind noch hier. Also wir haben das eigentliche Formular für die Geburtsabgabe, das sind sechs Seiten, und dann die diversen Erweiterungsformulare, wenn es entweder, darum geht zum Beispiel diese Bundesemissionsschutzgesetzliche Genehmigung an jemand anderen gegangen ist. Also wenn ich eine Kooperation habe zum Beispiel, oder irgendeine Art von Bietergemeinschaft, wie auch immer, und die Freigabe ist nicht auf meine Formierung, sondern auf eine andere ausformuliert worden, dann muss ich hier das extra platt praktisch mit dazureichen. Oder Zusatzinfos zur bürgeriniger Gesellschaft, weil die besondere Freiheiten haben. Wenn ich einen Bevollmächtigten habe, der für mich hier die weitere Bearbeitung macht, die Erweiterung des bestehenden Windparks, Bürgschaften, wenn ich die Sicherheit nicht per Überweisung hier vornehme, sondern eine Bank sagt, sie würde hier für Ausfälle bürgen und die Geburtsrücknahme, wenn ich sage, ich möchte doch nicht, sind hier also jeweils verlinkt und kann man sich dann eben runterladen. Wenn ihr das hier direkt im Browser öffnet, kann es sehr gut sein, dass dann eure Darstellung sagt, das kann nicht geöffnet werden, ihr müsst es bitte runterladen. Nicht wundern, denn diese Dokumente, naja, das sind dann sehr, sehr komplexe PDF-Formulare, die so ein bisschen den Charme von Windows 98 noch haben und das ist dann, wie gesagt, mit dem Computer auszufüllen, auszudrucken, eigenhändig zu unterschreiben und dann eben Umschlag im Umschlag zu übersenden. Wie ist das zu sehen? Also wenn ich das nicht mache, kann ich es vergessen, dann werde ich nicht berücksichtigt bei der Ausschreibung. Ich gebe dann erstmal an, wer bin ich, Name, Vorname, Firma, Sitz, also Adresse, Telefonnummer, E-Mail, so, alles klar. Bin ich eine Bürger in der Gesellschaft? Ja, nein, kann ich, wenn ich jetzt hier ja angebe, muss ich natürlich dann das nächste Dokument mir nochmal anschauen, verpflichtende Zusatzangaben für Bürger in der Gesellschaft. Die haben ein paar Freiheiten, müssen dann aber eben auch sagen, hey, ich habe in der letzten Zeit hier keinen anderen Zuschlag bekommen und ich beteilige die Gemeinde vor Ort, etc., etc. Ich bin auch nach Paragraph 3 im EEG definiert als Bürgerenergiegesellschaft, das ist da sehr genau ausformuliert, wer das ist und wer nicht. Alles klar. Gehe ich weiter, habe ich schon eine Geburtsnummer? Ja, nein. Habe ich eine Erweiterung? Dann würde ich den bestehenden Zuschlag hier schon mal reinschreiben können und dann kommen wir zum Interessanten. 2,3 und 2,4. Geburtsmenge in Kilowatt. Was ist also meine Anlagengröße? Mindestens 751 Kilowatt. Wie groß ist das Windrad, was ich hier bauen will? Meinetwegen jetzt 1 Megawatt. Alles klar. Geburtswert in Cent mit zwei Nachkommastellen. Hier kommen also die maximal, wir erinnern uns, 5,88 Cent pro Kilowattstunde rein. Ich kann es hier also auch hinschreiben, dass ich gerne 5,41 Kilowattstunden haben möchte, weil das nach meiner Kalkulation mir ausreicht. Habe ich die Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz? Ja, nein. Wenn ich die nicht selbst habe, muss ich dann in das Ergänzungsformular gehen und hier eintragen, wer hat diese Genehmigung bekommen und welche Behörde hat das ausgestellt etc. Und dann Standort der Anlage. Wo ist die inklusive Gemarkung? Also sehr genaue Angabe, wo wird hier gebaut werden? Und dann vor allem nochmal hier die Flurstücksnummernangabe für die Erweiterung. Also was ist die Anlagenerweiterung, die ich hier vornehmen möchte? Oder? Nur in der Anlage im Gebot. Genau, nur in Form einer weiteren Winternang selbst zu befüllen. Hier sind die Flurungen schon mit der Anlage einzutragen, mehrere Flure sind zu trennen. Und hier die Registernummer ist die vergebene Anlagenkennziffer oder die Markschutzregisternummer der Einheit. Wer eine Anlage betreibt, hat so eine Nummer, kann dann hier eingegeben werden. Okay. Welcher Vertrauenssatzbetreiber? Zahlung der Gebühr, 600 Euro. Okay, wird noch gehen. Zahlung der... Und wann habe ich die überwiesen? Und dann Zahlung der Sicherheit. Und die Sicherheit ist dann durchaus nicht uninteressant, weil... Naja, die muss ich halt also auch überweisen. Die Sicherheit liegt bei 30 Euro pro Kilowatt. Wenn ich also eine Anlage von einem Megawatt habe, sind es 30.000 Euro, die ich hier als Sicherheit bei der Bundeslandskentur hinterlegen darf. Oder für die ich hier eine Bankbürgschaft habe. Es ist also so, dass ich hier praktisch hinterlege, ich bin überhaupt liquide. Ich kann das überhaupt weiter angehen. Und oder. Wenn es doch zu einem Ausfall kommt, dann liegt ein bisschen Geld, zumindest bei der Bundesnetzagentur, was dann für Kosten, die bereits zustande gekommen sind, noch verwendet werden könnte. Und dann sage ich nur noch, wo, wann und dann drücke ich es aus und schreibe und schon kann ich hier das Ganze abgeben. Wir hatten jetzt die ganzen anderen Dokumente teilweise schon angeschaut. War Bundesemissionsschutzgesetz, war Bürger in der Gesellschaft. Vollmachtserkunde, wenn jemand anderes als ich hier im Weiteren an diesem Angebot arbeiten darf. Die Anlagenerweiterung, das sieht dann ähnlich aus, wie wir es gerade schon gesehen hatten. Bürgschaft, die Angaben der Bank und die Geburtsrücknahme, wo ich einfach nur sage, welche Anlage will ich zurücknehmen. Alles klärchen, alles schön ausdrucken, alles schön unterschreiben und im Umschlag bis zum 1. Dezember 24 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur abgeben oder vorher postalisch eingehen lassen. So, dann habe ich das gemacht. Dann findet der 1. Dezember statt. Und dann, wir waren ja vorhin schon mal auf der Terminseite und Wind onshore, meinetwegen gehen wir dann hier mal auf den 1. Mai. Und auch hier noch mal hinten auf den 1. Mai, da sehen wir nämlich, ausschauen wir mal wieder Land, 1. Mai, da haben wir nämlich hier die Informationen, wer hat hier den Zuschlag bekommen und wie sah das aus. Vor allem interessant ist natürlich, der niedrigste Geburtswert lag bei 5,44 Cent. Also von maximal 5,88 war das niedrigste Angebot bei 5,44 und hat gesagt, ich brauche gar nicht das Maximalangebot, mir reichen die 4,4. Dann hat der natürlich ein besseres Angebot als andere und ist deswegen auch bevorzugt bezuschlagt worden. Aber der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert, also ich sag mal, das, was die meisten dann im Durchschnitt gemeldet haben, sind 5,85. Das ist ja praktisch der Maximalwert, also es gibt nur wenige, die hier weniger Geburten hatten. Das waren insgesamt dann 114 Angebote, die insgesamt die 930 Megawatt hier ausgemacht haben. Jetzt liegen wir ja bei ein klein bisschen mehr. Wir liegen ja jetzt bei den 1,19, also nur ein bisschen mehr. Wir können also schon davon ausgehen, dass mehr als 100 Gebote hier in Frage kommen könnten. Und nun kann man sich hier die Liste der Zuschläge auch laden. Das ist, wie man hier sehen kann, eine Excel. Das ist dann auch genau das, was hinter dem anderen Link stand, dieser Link mit den Pfeilen. Das ist die Zuschlagsliste in Excel-Form. Das kann man sich dann runterladen. In diesem Fall für Mai, da sieht man dann, wer unter welcher Zuschlagsnummer welches Unternehmen dann hier in welchem Flurstück, also in welchem Gebiet den Zuschlag bekommen hat. Das kann man selbst halt meinetwegen sagen, ich suche mal nach Postleitzahlen, ich suche mal nach Namen meines Landkreises, meiner Stadt. Und sehe dann hier, hat jemand Zuschlag bekommen? Wer war das? Kenne ich, kenne ich noch nicht. Kann ich vielleicht Kontakt aufnehmen, mal fragen, wie war das bei euch bei dieser Ausschreibungsteilnahme, dass man selbst halt ein bisschen in den Austausch kommt, wie auch immer. Wichtig ist hier halt, wann kam die Information, die Bekanntmachung der Ergebnisse war am 7. Juni. Die Ausschreibung war ja aber am 1. Mai, also ein Monat, eine Woche. Nach Ausschreibung kam hier die Bekanntmachung und eine Woche danach, also nach anderthalb Monaten, war dann die Bekanntgabe erfolgt. Einfach wie immer man sagt, es ist jetzt veröffentlicht, innerhalb einer Woche dürft ihr mitbekommen, dass es veröffentlicht wurde. Ab hier, ab 14. Juni, sind dann wieder Fristen gelaufen, könnte man sagen. Gebote, die nicht auf der Liste stehen, haben keinen Zuschlag gehalten. Die Bieter werden über die Gründe gesondert benachrichtigt. Das steht dazu natürlich nicht im öffentlichen Internet. Das könnte dann daran liegen, dass man also kein vollständiges Angebot abgegeben hat, dass das Format nicht richtig war oder dass irgendeine Genehmigung gefehlt hat und so weiter. Und dass die Sicherheit nicht bezahlt wurde oder was auch immer. So sieht das also aus, so laufen diese Ausschreibungen. Wer daran teilnehmen möchte, und das wird ja nun jedes Jahr im Weiteren auch immer noch stattfinden. Wir haben jedes Jahr Ausschreibungen für die verschiedenen Themen hier, Solar, Wind und so weiter. Das läuft immer so. Es gibt dann genügend Frist, die Unterlagen abzugeben. Wenn die bundesemissionsschutzrechtliche Freigabe da ist, kann ich hier meine Windanlage hinschieben. Und wenn die die entsprechende Größe dann hat und ich hier eine Angebotshöhe abgegeben habe, kann es eben sehr gut sein, dass ich hier meinen Zuschlag bekomme. Unter diversen anderen Teilnehmern kann ich dann mein Windrad oder meine Windparkerweiterung bauen. Und das erfahre ich dann im Zweifel also ein paar Wochen danach. Oder jeder erfährt das dann auch ein paar Wochen danach auf der Ergebnisseite, die wir hier auch bei der Bundesnetzigentur mit verlinkt bekommen haben. Diese Seite hier mit den Terminen verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr also mal drauf schauen, was sind die Termine, die jetzt anstehen, was sind die Ergebnisse. Man kann auch ein bisschen in die Historie reinschauen oder dann eben noch weitere Unterlagen sich angucken, die hier unten mit verlinkt sind. Das ist nicht uninteressant. Hier sind auch viele Beschreibungen, welche Anlagen kommen in Frage, wie kommt man zu den Mengen, bla bla bla. Das ist alles nicht uninteressant. Und kann man sich das gerne mal genauer anschauen, weil es nun mal das zentrale Fördermittel für die großen Anlagen ist. Wir haben irgendwann also mal diese Ausschreibung eingeführt als Weg zur Marktprämie für die großen Anlagen. Und jetzt muss man eben damit arbeiten. Also, wenn ihr an sowas Interesse habt, schaut euch das gerne mal genauer an. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen dazu habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Findet ihr das Format der Ausschreibung überhaupt sinnvoll? Kommt ihr noch aus der alten Welt, wo es das noch nicht gab? Gerne auch dazu mal eine Stellungnahme hinschreiben. Ich selbst bin der Meinung, dass die Ausschreibung den Ausbau der Erneuerbaren definitiv gepremst hat. Weil es ein sehr kompliziertes Format ist, was auch viele Hürden mit sich bringt. Es gibt ein paar Freigaben für Bürger in der Gesellschaft, aber dennoch. Viele Anlagen hätten schon längst bearbeitet werden können, wenn sie nicht erst an dieser Ausschreibung teilnehmen müssten. Wo wir eben mit der Bürokratie und mit den Sicherheiten auch verschiedene Hürden haben, die nun mal Hürden sind. Jede Hürde deutet darauf hin, dass es komplizierter wird und dass es weniger Teilnehmer gibt. Keine Frage. Also, wenn man eigentlich möglichst viele Anlagen bauen will, ist das nicht unbedingt hilfreich. Naja, okay, wir haben es dennoch. Wir werden auch nicht sofort davon wegkommen. Das ist ja zumindest im nächsten Jahr die Teilnahme Schwelle, ab der ich teilnehmen muss, gestiegen auf 1 Megawatt. Das ist in Ordnung. Ja, dennoch. Wenn wir allerdings bedenken, es ist umso normaler geworden, dass man auch sich direkt vermarkten kann über ein PPA oder Ähnliches, also einfach einen Vermarktungsvertrag mit einem Industriekonzern oder mit einem Versorger, dann brauche ich im Zweifel gar nicht diese Ausschreibung. Dann brauche ich meine Anlage und vermarkte die direkt marktlich mit einem Handelspartner. Dann brauche ich keine EEG-Vergütung in dem Sinne. Gibt es immer öfter, wird, glaube ich, auch immer üblicher. Von daher, vielleicht erledigen wir die bürokratische Ausschreibung, weil sie gar nicht mehr gebraucht wird, weil wir so schon genügend zubauen. Na, mal gucken. Okay. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches gerne wie immer einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energieverschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.